Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Poco X4 Pro die SIM-Karte einsetzen kann. Dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten Pin und der ist Teil dieser Box. Da habt ihr nämlich noch diese gelbe Box hier drin. Wenn wir die jetzt mal rausnehmen, hier sind auch die Anleitung und so weiter drin. Wenn wir die jetzt sozusagen aufklappen, die gelbe Box, dann haben wir hier sozusagen den Pin versteckt. Einfach die Flügel ein bisschen stutzen. Mal schauen, ob ihr befreit. Und alternativ könnt ihr natürlich auch die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So und wenn ihr das Telefon jetzt so habt, dann findet ihr ganz unten den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil dieses SIM-Kartenhalter, das ist ein kleines Loch hier. Und jetzt kommt die Spitze des Pins oder der Büroklammer ins Spiel. Die drückt man nämlich da einfach rein, drücken ein bisschen und der SIM-Kartenhalter kommt zum Vorschein. Ja, bei diesem SIM-Kartenhalter könnt ihr im Übrigen neben der Haupt-SIM-Karte auch eine zweite SIM-Karte einsetzen, hier auf der Rückseite, oder eben eine SD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Was nachher SIM-1 ist und SIM-2, seht ihr hier halt jeweils immer eingraviert auf dem Metallplättchen. Okay, dann starten wir mal mit der ersten SIM-Karte. Die wird genau so eingesetzt hier, also da, wo SIM-1 steht natürlich. So. Und dann haben wir hier eine fehlende Ecke und die geht natürlich auch hier zur fehlenden Ecke. Und wie ihr es schon sehen könnt, die Kontakte sind hier ganz oben. Okay, und wenn ihr dann möchtet, wie gesagt, könnt ihr auf der Rückseite hier auch eine zweite SIM-Karte einsetzen. Die wird dann wiederum so eingesetzt hier. Und ganz nach hinten. Auch schön reindrücken. So, auch wieder hier fehlende Ecke zur fehlende Ecke. Und wie ihr sehen könnt, die Kontakte sind auch hier ganz oben. Okay. Wenn ihr dann aber den Speicher erweitern wollt mit einer SD-Karte, dann hat die SIM-Karte, die zweite hier zumindest, keinen Platz mehr. Das heißt, da müssten wir hier mal eben schnell rausnehmen. Und dann setzen wir hier halt die SD-Karte ein. Auch die kommt hier schön festgemacht. Es gibt so ein richtiges Klickgeräusch. Ich hoffe, ihr konntet es gerade ein bisschen hören. Kontakte sind auch ganz oben hier. Und so sieht das dann aus nachher, wenn ihr den Speicher erweitern wollt. Mit der SD-Karte. Okay. Und je nachdem, was ihr euch da eingesetzt habt gerade. Wir packen die Konstruktion jetzt in das Telefon zurück. Die erste SIM-Karte ist immer auf der Seite des Displays. Also die erste SIM-Karte liegt ganz oben hier zum Display hingerichtet. Und einfach schön zumachen an den SIM-Kartenhalter hier. Und das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen. Oder auch einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr da mal gucken möchtet. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's.